Servus YouTube, Void hier. Von den Problemen rund um die Paketverluste waren stellenweise ja auch Fritzbox-User betroffen. In diesem Video möchte ich einen Lösungsansatz, eine Lösungsidee vorstellen, die ausschließlich Fritzbox-User betrifft. Danke an die Kommentatoren gleich mal vorweg, User und Fritten-Nutzer, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Gleich vorweg, bevor wir nochmal richtig einsteigen, dieser Weg kann einen Nachteil haben in Form einer geringeren Bandbreite. Das ist wichtig zu beachten bei diesem Tipp. Aber andererseits, seien wir mal ehrlich, vermutlich braucht kein Mensch permanent 1 GB Auslastung. Denke ich zumindest. Ich würde einer stabilen 500 Mbit-Leitung einen Vorrang vor einer Paketverlustbehafteten 1000 Mbit-Leitung geben. Also steigen wir ein, was ist zu tun? Loggt euch zuerst in eure Fritzbox ein. Das geht über einen Aufruf von fritz.box in der Browserzeile bzw. die dazugehörige IP-Adresse. Sobald ihr eingeloggt seid, findet ihr den Menüpunkt Inhalt irgendwo, also je nachdem, welche Fritzbox ihr habt, die 6591, die 6660, je nachdem, auf dieser Seite. Meistens, oder in der Fall der 6591, versteckt er sich irgendwo links unten. Falls ihr eine andere Fritte habt, könnte der Menüpunkt natürlich eben an anderer Stelle sein. Klickt nun auf den Punkt Inhalt. Ihr gelangt dann zu einer gigantischen Übersichtsseite. Diese zeigt euch alle Features im Prinzip an, die eure Fritzbox bietet. Dort findet ihr irgendwo den Punkt Fritzbox Support. Man würde darunter vermutlich einiges vermuten. Bitte klickt nun auf den genannten Punkt. Ihr befindet euch dann auf dieser Seite. Oder einer Seite, die ähnlich aussieht. Ewiger erwähnt, wenn ihr eine andere Fritzbox benutzt. Scrollt auf dieser Seite so lange nach unten, bis ihr einen Punkt findet, welcher Paketbeschleunigung heißt. Entfernt dort die Haken bei Paketbeschleunigung aktiv und bei Hardwarebeschleunigung aktiv. Den letztgenannten Punkt könnt ihr vielleicht sogar aktiv lassen. Das müsst ihr dann testen. Anschließend klickt ihr auf Einstellungen übernehmen. Gönnt der Fritzbox nun auch noch einen Neustart. Mit etwas Glück hilft euch dieser Ansatz, die Paketverluste bei der Fritzbox zu beseitigen oder wenigstens zu begrenzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback in den Kommentaren da lasst, ob euch das geholfen hat oder nicht. Es scheint jedenfalls ein Lösungsansatz zu sein, der bei einigen geholfen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das geholfen habt.